... der Mainzer Philosophiehistoriker Brot Flasch, den Lessingpreis für Kritik 2010. Mit Flasch werde ein leidenschaftlicher Denker und ein billiger Geist geehrt, der die spätantike und mittelalterliche Philosophie für die Gegenwart neu erschlossen habe, heißt es in der Begründung der Jury. Der Lessingpreis für Kritik wird alle zwei Jahre in Wolfenbüttel vergeben. Er ist mit insgesamt 20.000 Euro dotiert. Sobald die Bildung aus dem Studio Braunschweig regional hören Sie wieder um 15.30 Uhr. Und wenn du jetzt da mittendrauf stehst und die Schranke geht runter. NDR 1 Niedersachsen mit Monika Wein. Und jetzt hören wir, wie es Zoom gemacht hat. Hier ist die Klaus Lagerbänd mit dem ganz großen...